Morgenstund hat Gold im Mund. Jetzt kommt der Schlauberger und sagt, wer länger schläft, bleibt auch gesund. Moment, da hat es die Wissenschaft ein Wörtchen mitzureden. Und die Wissenschaft hat festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen, die morgens früher aufstehen, zwischen 5 und 6 Uhr, sogar viele sprechen von 4 bis 6 Uhr, dass die weniger ein Übergewicht leiten, dass die weniger prokrastinieren, dass die weniger Leistungsprobleme haben und dass die erfolgreicher sind. Das hat die Wissenschaft belegt. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, dein Performance-Coach. Heute reden wir mal darüber, warum es ganz gut ist, frühzeitig aufzustehen. Denn ich habe auch immer wieder mit meinem Coaching Leute, die, oh Andreas, aber früh aufstehen morgen, so vor 7 Uhr, schaffe ich nicht. Dann höre ich immer raus, die haben danach dann auch immer die Herausforderung, dass sie Stress haben, dass sie mit ihrer Zeit, wie ihrer täglichen Zeit nicht zurechtkommen. Stehen es um 7, halb 8 Uhr auf, dann fällt das Frühstück flach, weil ja schon der erste Termin um halb 9 Uhr ist. Dann rennen sie den ganzen Tag der Zeit hinterher, kommen abends erschöpft nach Hause und wollten eigentlich noch Sport betreiben. wollten eigentlich noch lesen, wollten eigentlich noch rausgehen in die frische Luft, wollten, 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 machen jetzt aber nicht mehr, weil sie vom kompletten Tag erschöpft sind. Und jetzt ist die große Frage, macht es da tatsächlich Sinn, früher aufzustehen? Ja, weil es einfach vom Byrhythmus belegt ist, dass dann die Leistungsfähigkeit maximal ausgenutzt wird. Weil wir morgens, wenn wir unter Voraussetzung, ihr Freunde, ihr Lieben, wenn man genügend geschlafen hat, natürlich, wenn du erst um 1 Uhr ins Bett gehst, ist es schwierig, um 5 Uhr aufzustehen. Da kannst du direkt liegen bleiben, weil du nicht ausgeruht bist. Dann ist der Nutzen nicht da. Zwischen 21 und 23 Uhr soll man ins Bett gehen und zwischen 4 und 6 Uhr aufstehen. So. Und viele, die zu mir kommen, machen das nicht. Leitern Übergewicht, prokrastinieren zum Teil, machen keinen Sport, finden keine Zeit für sich selber, lesen nicht mehr und haben auch überhaupt nichts mehr Zeit. Auch für die Familie nicht mehr. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, früh aufzustehen? Ja, das macht Sinn. Denn ich habe ja diese Coaches, diese Kunden hier, die dann früher aufstehen und sagen, boah, Andreas, das fühlt sich wieder so gut an. Morgens raus um 6 Uhr, dann mache ich mein Ritual morgens, ich mache meinen Sport eine halbe Stunde, ich meditiere 10 Minuten, ich habe wieder Zeit zum Frühstücken und dann gehe ich mit maximaler Energie in den Tag rein. Ist das so schwer nachzuvollziehen? Finde ich nicht. Denn ich habe die Beispiele, die lebenden Beispiele genau sagen, dass ich weiß gar nicht, warum habe ich diesen krassen Wettbewerbsvorteil nicht schon früher genutzt. Ich liege immer wieder am Bett und drücke nochmal aufs Knöpfchen drauf, die Schlummertaste und dann wird es wieder halb acht, dann wird es wieder dreiviertel acht und dann stehe ich auf und der ganze Tag fängt schon bescheiden an. Denn ich habe dann den ganzen Tag noch Stress, weil mir einfach diese Stunde, halbe Stunde, drei Stunden fehlt. Viele Dinge, die ich machen möchte, kann ich nicht mehr machen, weil ich abends in der Regel erstmal nicht weiß, wann ich aus dem Büro rauskomme und dann bin ich noch maximal erschöpft. Also, Freunde, es hat keine Nachteile, morgens früh aufzustehen. Wenn du das Ganze dir attraktiv verknüpfst und das musst du machen, wenn du eine neue Gewohnheit als Routine etablieren möchtest, dann solltest du auch das, was du tust, attraktiv verknüpfen. Das ist eine Technik. Ja, es hat Vorteile. Du kannst morgens Sport einbauen. Weißt du, wie geil das ist, wenn du morgens Sport einbaust? Relativ einfach, weil du mehr Sauerstoff aufnimmst. Und weil du mehr Sauerstoff aufnimmst, durch die tiefe Radung, durch den Sport, wird der Körper besser versorgt mit Sauerstoff und vor allem die Zellen im Gehirn. Und somit mit einer höheren Sauerstoffsättung im Köpfchen arbeitet es sich einfacher. Und genau das ist das, was morgens sich dann auch zum Tragen kommt. Denn wir haben ja morgens eine erhöhte Leistungsbereitschaft. Und dann kommt noch mehr Sauerstoff dazu. Das ist eine Granate, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und alle, die es nutzen, sagen, hey Andreas, das ist so genial, morgens in der Früh aufzustehen. Auch dieses Erlebnis, diesen inneren Schweinehund, besiegt zu haben, ist fantastisch, denn du bist direkt mal morgens Sieger. Du bist kein Verlierer. Wenn du wieder einmal im Bett liegen bist, innerlich denkst du doch wieder, Mama Mia, ich habe es wieder nicht geschafft. Bist du ein Sieger oder bist du ein Verlierer? Du bist ein Verlierer. Du hast wieder verloren. Fühlt sich das an? Schon mal direkt morgens versagt. Geile Motivation für den Tag. Also Freunde, das hat so viel physiologisch gute Hintergründe, morgens früh aufzustehen. Morgens schon ins Paket reinzunehmen, das, was ich abends sowieso nicht mehr schaffe. Morgens Sport zu betreiben, ist ein unglaublicher Energiebooster. Ja, deine Mitarbeiter werden dich hassen. Ja, denn ich habe Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige, sagen Andreas, seit ich das mache, irgendwie sind meine Mitarbeiter anders. Es ist motivierter. Irgendwie fühle ich von denen mehr Respekt, den sie mir entgegenbringen, seit ich das mache. Ich bin morgens auch viel frischer, viel agiler. Ich bin nicht in diesem Modus, lass mir meine Ruhe, sondern hey, was geht heute? Lass uns heute mal ein Edelins-Universum schlagen. Diese Motivation habe ich und das nur dadurch, dass ich wieder zwischen halb sechs und sechs aufstehe. Früher bin ich sieben, halb acht aufgestanden. Das ist so ein unglaublicher Energy Booster. Das kannst du dir jetzt, wenn du Langschläfer bist, noch nicht vorstellen. Und auch dieses Thema, ja, aber weißt du, ich bin eine Eule, mir hat man gesagt, ich bin eine Eule, ich muss so lange schlafen. Das kann man sich auch schönreden, das Ganze. Das kann man sich auch schönreden. Man kann sich auch selbst aus der Verantwortung nehmen und sagen, ich bin eine Eule, ich kann erst um acht aufstehen. Probier es aus. Probier es aus. Morgenschnack, Gold im Mund. Ich kann dir garantieren, dir geht es genauso wie all meinen Coaches, all meinen Kunden. Die sagen, Andreas, das war eins der genialsten Learnings, was ich bei dir gelernt habe, morgens meinen süßen, kleinen Hintern aus dem Bett zu heben. Nicht mehr auf die Schlummertaste drücken, sondern den Wecker drei Meter vom Bett wegzulegen. Am besten auch noch, wenn du es nicht schaffst, machst du eine Zeitschaltuhr für das Licht, dass das Licht hell wird. Dann musst du aufstehen. Wenn du einmal draußen warst, dann wirst du auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr ins Bett wollen. Vielleicht dauert es auch ein, zwei, drei Wochen, bis du es geschafft hast. Aber du wirst sehen, das ist ein Wettbewerbsvorteil zu 100%. Das, was du morgen schon zwischen sechs und sieben gemacht hast, schaffen die anderen entweder erst im Laufe des Tages oder gar nicht. Wettbewerbsvorteil. Mit maximalem Sauerstoff im Kopf lässt sich besser denken. Und gerade morgens haben wir eine sehr produktive Zeit. und zusätzlich, wenn du früher aufstehst, schaffst du es, dir ein gesundes Frühstück zu richten. Und ein gesundes Frühstück ist ein Wettbewerbsvorteil, weil, wenn es gesund ist, lieferst du deinem Körper und deinem Geist Energie und zwar maximales Knallgas. Denn wenn du ein Vollgasfahrer bist, im Business umsetzen möchtest, Leistung bringen möchtest, Erfolg haben möchtest, brauchst du Energie, denn Motivation ist Energie. Ohne Energiezufuhr bin ich schlecht motiviert. Wenn du dann sagst, ja, aber Frühstücken, ja, dann liegt es vielleicht daran, dass du keine Zeit hast zum Frühstücken, weil du zu spät aufstehst. Du hast schon mal gefrühstückt. Weißt du, wann das war? Das war da, wo die Mami ihr es gerüchtet hat. Alle Menschen frühstücken im Hotel. Da lässt keiner das Frühstück ausfallen. Warum nicht? Weil man genügend Zeit hat. Weil man keinen Business-Termin danach hat. Zumindest im Urlaub. Dann wird gefrühstückt, ausgiebig gefrühstückt. Zwar meistens das Falsche, aber es wird gefrühstückt. Und somit zählt diese Ausrede, ich kann nicht frühstücken. Natürlich, wenn du müde bist und nicht geschlafen hast und nur vier Stunden geschlafen hast, dann hast du keinen Bock zum Frühstücken. Dann bist du nämlich im Überlebenskampf, lass in meine Ruhe, ich habe keinen Bock zum Frühstücken. Nein, will ich nicht. Und wenn du frühstückst, frühstückst du bestimmt Dinge, die nicht frühstücken sollen. Das ist ungesund. Das ist normal, weil du müde bist. Du gehst zum Bäcker und holst ein Salami-Brötchen. Freunde, alle eure Argumente, warum man nicht früh aufstehen ist, kann ich zerlegen. Das ist, da beschäftige ich mich seit über 30 Jahren damit und ich bin ein Frühaufsteher und alle meine Kunden werden dazu animiert, früher aufzustehen und dann kommen die nach sechs, acht Stunden und sagen, ich habe fünf Kilo weniger, ich habe so viel Spaß mit meinem Leben, ich bin so wenig motiviert. Warum? Ja, mit aus einem Grund, warum sie früher aufgestanden sind. Warum muss ich jetzt das noch 20 Mal argumentieren, bis du es wahrnimmst, bis du sagst, ja, ich akzeptiere es, ich probiere es aus. Ja, und jetzt gibt es noch eine wichtige Info. Eine Handlungsanweisung. Wenn du dir jetzt keine Handlungsanweisung gibst, dann hast du ein Video angeschaut und hast Zeit verbraucht für nichts und wieder nichts. Dann bringt es dir nichts und dann bringt es auch nichts. Da habe ich auch nichts davon. Also Handlungsanweisung für dich, schreib dir auf, ab wann du sofort aufstehen wirst. Du wirst ab sofort um 6 Uhr aufstehen. Du wirst ab sofort 30 Minuten Sport machen. Du wirst ab sofort um 7.15 Uhr frühstücken und kannst dann um 7.45 Uhr sehr energetisch aufgeladen, mit maximaler Energie das Haus verlassen. Handlungsanweisung. Wann stehe ich auf? Wann mache ich Sport? Wann frühstücke ich? Was frühstücke ich? Warum stehe ich früh auf? Ganz klar attraktiver knüpfen. Warum mache ich morgen Sport? Welche Vorteile hat das? Ah, die Vorteile gibt es. Und wenn ich frühstücke, welchen Vorteil hat das? Was frühstücke ich? Was trainiere ich? All die W-Fragen, was, weshalb, warum, müssen geklärt werden, schriftlich. Du brauchst eine Handlungsanweisung, die muss im Terminkalender eingetragen werden. Und wenn du das machst, gebe ich dir die Garantie, deine Rakete, die fliegt nicht mehr waagerecht, sondern die fliegt fast senkrecht nach oben. Du wirst Erfolg damit haben. Garantiere ich dir. Ich erlebe es jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr mit meinen Coaches, alle Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständiger gesehen. Ich erlebe es jeden Tag. Die erzählen mir das. Wenn die ein Feedback haben, kommt das immer und Andreas, geil. Genial. So. Genügend geredet. jetzt heißt es handeln, umsetzen. Denn nur, wenn du umsetzt, nur wenn du handelst, nur wenn du Handlungsanweisungen hast, die musst du dir selber geben, nur so wirst du Erfolg haben. Also, komm jetzt ins Tun. Auf was wartest du? Und wenn du aber sagst, Andreas, ich stelle mir gerade vor, ich habe jemanden an der Hand, der mir dabei hilft, mir das Zeitmanagement zu machen, die Struktur aufzubereiten. Der mich in der Hand nimmt, mal vorübergehend, bis ich weiß, wann ist was zu tun. Ich habe nicht die Zeit, mir das als selbst zu aneignen. Ich bin selbst, ich bin Unternehmer, ich habe nicht die Zeit. Wie komme ich mit dir zusammen? Wie können wir uns connecten? Das ist relativ einfach. Du gehst unten in die Shownotes, da findest du andreas-trienbacher.com und da gehst du rein und lässt dir einen Termin geben, deinen Wunschtermin. Und dann hast du erstmal ein Erstgespräch meiner Mitarbeiter, einem meiner Mitarbeiter und der schaut erstmal, welche Wünsche hast du? Bist du schon soweit? Bist du schon bereit? Kannst du das auch? Bist du in der Lage, das, was wir nachher, oder was ich nachher für dich habe, umzusetzen? Darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Videos anguckst, es geht nicht darum, dass du irgendwelche Texte durchliest, es geht darum, dass du ins Tun kommst, darum, dass du in die Umsetzung kommst. Und nur, wenn du in die Umsetzung kommst, das ist die Aufgabe, werden wir auch Erfolg haben. Und dazu brauchen wir eine gewisse Voraussetzung von dir, nicht von mir. Das darfst du nicht falsch verstehen. Nur wenn du in der Lage bist, das umzusetzen, wenn du in der Lage bist, auch die Informationen umzusetzen, in Handlung zu kommen, erst dann werden wir zwei Erfolg haben. Und darum geht es. Darum geht es, dass du Erfolg hast. Und dazu musst du bereit sein. Ich habe alle Informationen für dich. Ich habe alles, was du brauchst. Jede Information, auf jede Frage, die du mir stellst, zu dem Thema Ernährung, zum Thema Schlafen, zum Thema Stressmanagement und zum Thema Bewegung, Mobilität, habe ich die passende Antwort. Die Frage ist, kannst du es umsetzen? Frag dich selber mal. Bist du bereit? Bist du bereit, eine Transformation, erstens mal auf mentaler Ebene durchzuziehen und zweitens auf körperlicher Ebene? Kannst du, Werner, Peter, Klaus 2.0 werden? Bist du überhaupt in der Lage? Hast du das Potenzial? Hast du die Energie? Hast du den Willen? Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann geh bitte rein, mach einen Termin. Dann haben wir in Kürze unser Erstgespräch. Nachdem mein Mitarbeiter mit dir geredet hat, überprüft hat, ob du in der Lage bist, auch umzusetzen. Dann haben wir beide unser Gespräch und dann kriegst du deine Strategie. So, jetzt bist du dran. Ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir bei allem, was du tust, maximaler Gesundheit, maximaler Erfolg und ganz viel Spaß bei allem, was du tust. Viele Grüße, dein Performance-Coach Andreas.